Nein! Hi! Ey, dass du da bist. Am liebsten, weißt du, geht ja nicht. Komm rein, es gibt was zu trinken erst mal, oder? Seko Rosé. Andere Flasche Seko Rosé, warte mal. Drei Monate standen die da drin, ist aber immer noch gut. Ah, voilà. Schön, dass du da bist. Wir haben ein bisschen umgeräumt, coronamäßig. Also guck mal, hier haben wir jetzt so kleine Gruppen, du kannst dich hinsetzen gleich, wo du willst. Das Prager Jesulein. Hat uns immer Glück gebracht. Ey, Fingerfood, ich habe so was schönes Schweizerisches für dich vorbereitet. Alles selber gemacht, heute Nachmittag, warte mal. Das sind so lauwarme, kleine Minikischs. Bei uns gibt es ja Aperos. So eine Aperozit. Machen wir jetzt zusammen. Rosé. Du bist der erste Zeit, so ewig lange Zeit, der hier zu uns reinkommt. Ja, los komm. Wir machen ja normalerweise immer kleine Platzkarten mit Namen drauf, aber das können wir uns heute ja sparen, oder? Ein Wein. Guck mal, du trinkst dich schon mal was? Ich zieh mich um. Tschüss. Guten Abend, meine Damen und Herren. Sali, schön, dass du da bist und heute meine Geschichte hören möchtest. Ich habe mich gefragt. Ueli, ist das Leben, was du lebst, wirklich das, was du leben willst? Und wenn ich das Leben lebe, was ich gar nicht leben will, was dann? Plötzlich stand ich an einem Fahrstuhl, der uns in die 85. Etage fuhr. Ich habe so getan, als wäre das komplett normal für mich. Aber ich habe mich gefreut wie kleines Kind vor mir. Eine riesengroße Panoramascheibe. Und da draussen New York. Wie im Kino, wie im Film. Mein schwerster Abschied war von Belinda. Belinda war meine erste grosse Liebe. Und wir sassen zusammen in einer Schulbank. An der Bergstation, da hängt ein Schild. Also im Moment nicht. Aber morgen wieder. Und dann ist es nicht zu übersehen. Also wäre es nicht zu übersehen. Wenn der Nebel nicht wäre. Merci vielmals. Wow. So, und jetzt? Jetzt kommt was ganz, ganz Schönes. Bist du bereit? Okay, geht los! Das ist sie. Die längste Tafel Hamburgs. Bitte. Ich habe einen Kultschweizer Ries Casimir für uns zwei gemacht. Der Gründer von Möwenpick hat gedacht, er macht was Asiatisches. Was die Schweizer 1952 dachten, was asiatisch sein könnte. Einmal Ries Casimir. Als Kind sind wir mit der ganzen Familie. Möwenpick Restaurants gab es ja an Autobahnraststätten. Ganz viel in der Schweiz. Und dann ist man da sonntags hingefahren, um Ries Casimir essen zu gehen. Das ultimativ schönste, was man sich vorstellen konnte. Ries Casimir auf der Autobahnraststätte. Schweiz pur. Jetzt, was auf gar keinen Fall fehlen darf, ist zum Abrunden noch etwas Feins aus der Schweiz. Das ist das Rezept meiner Mutter. Außer auf etwas Neues. Ich habe mit dir gemerkt, wie wichtig das ist, was ich tue. Meine Geschichten zu teilen. Meine Art zu teilen. Und so wie mit dir teile ich Heimat. Und ganz ehrlich, das kommt richtig von Herzen. Das habe ich heute Abend einmal mehr gemerkt. Nach diesem langen Nichtspiel. So und jetzt raus hier. Es war so ein schöner Abend mit dir und ich habe das so genossen. Und bis bald. Ich freue mich so, wenn du wieder kommst. Gerne einfach so vorbeikommen. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.